Hey, meine Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Sorry, dass ihr euch ein bisschen warten lassen. Aber ich habe ja auch diese tolle Dualsehenszeremonie laufen. Ich hatte die Neumond-Zeremonie. Und ja, mit dem Dschungel bin ich auf dem anderen Kanal ganz gut beschäftigt. Also von daher, ja, seht es mir ein bisschen nach. Aber jetzt kommt auf jeden Fall die Wassermann-Season. Die Aquarius-Season ist da. Und darum soll es jetzt wirklich gehen, auch in diesem Video. Denn wir haben den Neumond im Wassermann. Und das ist ein richtig, richtig toller, toller, toller Neumond hier. Das muss ich also sagen. Denn zum einen haben wir den Jupiter im siebten Haus stehen. Da geht es um die Dualität des Ganzen, ja. Also es geht wirklich um das Glück in der Partnerschaft auf der einen Seite. Dann haben wir aber auch, und hier alle Planeten, fünf Planeten im fünften Haus drin. Und wir haben eine Konjunktion von Venus und Saturn im Wassermann. Das heißt, das, was jetzt bisher vielleicht bei euch die Distanzen reingebracht hat, dass es nicht so fest lief, wie du es dir zum Beispiel vorgestellt hast, ja. Sondern, dass hier Auf und Abs waren, On und Offs, ja, dass man sich mal gemeldet hat, mal getroffen hat, aber alles eher vielleicht auf einer unverbindlicheren Ebene war, wird jetzt in dieser Neumondphase ausgemerzt, Leute. Und das ist das Wichtige. Da kommt jetzt noch ein bisschen ein Tabula rasa rein, denn das Saturn sagt, jetzt wird aber hier mal aufgehört mit diesem On und Off. Jetzt geht es mal hier in klare Entscheidungen, in stabile Gewässer und in eine vernünftige Position rein. Und das ist ja das, was viele von euch in Sachen Liebe sich ja auch wirklich erhoffen, ja. Und da muss ich einfach sagen, das sieht einfach richtig, 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 richtig super aus. Also wir haben auch hier immer wieder nochmal ganz tolle Daten dabei, die das Ganze anzeigen. Und zwar haben wir hier einfach nochmal die Aspekte mit dabei und auch die Midpoint Trees dazu, und dazu, dass wir wirklich sagen hier, Venus im Schnittpunkt zu Uranus ist der Jupiter drauf. Also hier kommt ein schnelles Glück, ein schnelles Vorwärtssitz rein, ja. Und vor allen Dingen kommt Stabilität rein, denn Uranus und Saturn und Jupiter sind im Schnittpunkt dabei und das auch fast gerade genau. Also hier haben wir ganz, ganz, ganz viel an schöner Energie, die vor allen Dingen jetzt mal in stabile Bahnen gelenkt wird. Also nicht mehr generell auch dieses Auf und dieses Ab, was vielleicht bisher einfach da gewesen ist, ja. Bei durchaus ganz, ganz, ganz vielen von euch, ne. Und das muss man natürlich auch hier sagen, dass das natürlich auch ein Punkt ist. Für wen es jetzt richtig, richtig gut werden wird in dieser Neumondphase, die haben wir, wie gesagt, seit gestern und da sind die Widder ganz vorne mit dabei. Die profitieren richtig, richtig gut von dieser Neumondphase, denn hier kommt ein ganz großes Glück auf sie selber zu. Die können jetzt auf ihrer persönlichen Ebene einen Quantensprung in Sachen Wachstum machen und an ihrer Außenwirkung perfekt arbeiten. Bei den Stieren, da geht es jetzt eher darum, nochmal materielle Sicherheit zu haben, aber auch ein bisschen zu verinnerlichen, wo geht dein innerer Weg hin? Was ist deine Bestimmung im Leben? Das wird dir jetzt klar werden, wenn du zum Zeichen Stier gehörst. Bei den Zwillingen, die müssen ein bisschen aufpassen, da sitzt die Zunge sehr locker und seit heute sind auch alle, alle Planeten direktläufig. Also wir haben keinen Rückläufer gerade, sondern es heißt wirklich voller Kraft voraus. Und da müssen jetzt die Zwillinge ein bisschen aufpassen, dass sie nicht über ihre eigene Zunge sozusagen stolpern. Kurzes Beispiel, um auf meinen anderen Kanal kurz zu lenken. Iris Klein, die Zwillinge ist, ist jetzt schon genau drüber gestolpert, also macht es bitte nicht, ja? So, bei den Krebsen geht es um finanzielle Aspekte und um wirklich Anerkennung im beruflichen Bereich. Diese Neumundphase bringt eine super Anerkennung und einen Karrierekick bei den Krebsen. Bei den Löwen ist es so, da geht es rein jetzt um die Partnerschaft, ja? Also wirklich hier Ernsthaftigkeit dabei haben, negative Gefühle loszuwerden, die schöne, die Sonnenseite des Lebens zu genießen. Und das wird richtig gut. Ganz klassisch, Jungfrau. Da, pardon, da geht es wirklich um Vitalität, um Gesundheit, um Regeneration, um Routinen zu pflegen, ja? Und Sie sollten ein bisschen aufpassen, Sie haben ein bisschen zu sehr die Ellenbogen ausgefallen im beruflichen Bereich, passt da ein bisschen in dieser Neumundphase auf, wenn ihr zu den Jungfrauen gehört. Bei der Waage ist alles rosarot und alles richtig, richtig schön in der Liebe drin, ja? Also das wird richtig positiv sein. Da geht es in eine tolle neue Richtung und vor allen Dingen probieren die es sich aus, haben eine sehr unbeschwerte Zeit, tun sich allerdings, wenn sie gerade in Weiterbildungen sind, etwas schwerer. Also hier, nicht wundern, das ist jetzt einfach in diesen 14 Tagen mal so, dass einem das Wissen nicht gerade zufliegt. Die Skorpione, die kümmern sich ums Zuhause, Erneuerung im Zuhause und dieser Neumundphase ist das große Thema, kann auch Ausmisten sein, was für die Skorpione auch mal richtig super wäre, denn die können ungemein schwer ja loslassen. Also wäre hier das Ausmisten auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz tolle Option und gleichzeitig auch hierzu zufriedenstellenden Routinen zu finden. Das ist auch eine Aufgabe, die in dieser Neumundphase bei den Skorpionen ganz klar mit dabei ist. Bei den Schützen, hier geht es um Verhandlungen, Verträge, neu ausrichten, neue Möglichkeiten schöpfen, vielleicht auch Bewerbungen oder ähnliches zu machen, sind aber mit dem Partner ein bisschen spitzzüngig und ein bisschen auf Kriegsfuß, also ein bisschen aufpassen in Sachen Partnerschaft. Währenddessen die Steinböcke wirklich rein auf Sicherung gehen, hier ist jetzt das Materielle, Geld in Sicherheit bringen, Alternativen finden, sichere Geldanlagen machen, weiter in die Zukunft planen, planerisch vorgehen und natürlich auch glanzklar Geld verdienen. Ein bisschen auf die Gesundheit achten, die sind nicht 100% in der Kraft, die Steinböcke. Dann haben wir die Wassermänner und da geht es um den ganz persönlichen Ausdruck. Also wirklich, die bringen sich nach vorne, die bringen Liebe in die Welt, hier super Chancen, kennenlernen, Dating, alles ist möglich hier jetzt, bestehende Sachen zu reaktivieren. Also die haben ein ganz glückliches Händchen. Dieser Neumond im Wassermann bringt denen wirklich den Quell des Lebens zurück. Und bei den Fischen geht es um die ganz hohe Spiritualität, Seelenpartnerschaft auf der Seelenebene zu arbeiten auch. Und die haben auch nochmal ein richtig glückliches Händchen in den Finanzen. Und das alles jetzt in dieser Phase und in dieser Neumond-Zeit. Also roundabout, glaube ich, ist es doch ein ganz, ganz, ganz positives Stimmungsbild, was wir jetzt hier haben und worauf wir uns freuen können. Und ich wünsche natürlich allen da draußen eine richtig, richtig schöne, erfolgreiche Phase und einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin, euer Malkiel. Ciao. Ciao.